Hi Leute, ich weiß, ihr hättet jetzt eigentlich die Channel News erwartet, aber die Woche war einfach zu vollgepackt für mich und heute ist auch noch was los, was mit diesem Channel zu tun hat und das möchte ich euch in diesem kurzen Infovideo kurz erklären. Erstmal ganz am Anfang, die Channel News werden nicht irgendwie aufgehoben oder so, sondern ich werde die einfach morgen hochladen, das heißt heute sozusagen Sonntag 16.30 Uhr werden die Channel News kommen. Warum das so ist, möchte ich euch jetzt kurz erklären. Ihr habt ja vermutlich mitbekommen oder habt ihr es mitbekommen? Ja, ich habe es in die Kommentare geschrieben, glaube ich. Ich hatte am Mittwoch meine letzte Abiturprüfung und gestern hatte ich meine Abiturzeugnisse bekommen. Das heißt, gestern war einfach ordentlich Party angesagt, abends hat noch einer den 18. gefeiert, der Tag ist dann einfach komplett voll und ich kam gar nichts zum Aufnehmen. Ähm, Donnerstag hatte ich auch wenig Zeit, da habe ich zwar gestreamt, aber dann musste ich auch direkt wieder nachmittags bis spät in die Nacht zum Sommerfest von meinem zukünftigen Arbeitgeber. Ähm, und Mittwoch hatte ich, wie gesagt, noch die Prüfung. Da musste ich dann auch noch zwei Stunden nach meiner Prüfung warten, bis alle anderen fertig waren. Ähm, das heißt sozusagen von Mittwoch bis Freitag hatte ich sehr, sehr wenig Zeit aufzunehmen. Ähm, leider hat gestern war der Tag komplett voll und da mein Upload einfach gerade noch nicht so geil ist, ähm, habe ich es nicht mehr geschafft, das Ganze heute aufzunehmen. Und hochzuladen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es tut mir echt leid, aber keine Sorge, morgen 16.30 Uhr kommen die Channel News. Ähm, und jetzt gibt es noch so ein paar Dinge, die ich mit euch bereden will. Zum einen habe ich gerade so ein bisschen mit meinem Dad geredet, mich so ein bisschen informiert. Möglicherweise, wenn alles gut läuft, es wäre hammermäßig, ähm, habe ich vielleicht bald, wenn das möglich ist technisch, eine 50.000er Leitung. Und das Krasse daran ist, da ist ein Zehntausender Upload dabei. Das heißt, anstatt vier Stunden, ne, lade ich noch eine halbe Stunde hoch für ein Video. Und Leute, ihr wisst nicht, was da für ein Traum für mich in Erfüllung gehen würde, wenn ich einfach wirklich so schnell Videos hochladen könnte. Das wäre, das wäre, das wäre wirklich ein Traum. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und es sieht nicht schlecht aus, weil ich habe so einen Vertrag gefunden, ich habe so ein bisschen rumgeschaut und wenn mein Dad es jetzt durchschaut und es mit dem alten Vertrag irgendwie vereinbar ist, dass man da das wechselt, dann habe ich vielleicht bald ein Zehntausender Upload. Und das wäre ein Segen für diesen Kanal und ich würde abfeiern wie das Letzte. Das wäre so heftig, ohne Witz. Also, wenn es gut läuft, da werde ich dann nochmal ein extra Video drüber machen. Also, wenn es gut läuft, da wird auf diesem Kanal bald sehr, sehr viel kommen. Sehr viel. Ähm, weil ich dann einfach die Möglichkeit habe, ja, dass das Ganze so geklappt. Ähm, dann werde ich jetzt direkt so, ich werde direkt nach dem Infovideo losfahren zu dem Kumpel und wir werden das 200 Abonnenten-Special aufnehmen. Und, ähm, ich mache es mit dem Kumpel, weil der eine relativ gute Kamera hat. Das heißt, ihr könnt irgendwas Real-Life-mäßiges erfahren, ja. Äh, was genau es ist, werde ich noch nicht sagen. Es wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag kommen, schätze ich. Äh, also, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, gibt es noch was, was ich sagen will? Klar, danke für 200 Abonnenten, dafür habe ich auch schon den Stream gemacht, das kleines Dankeschön. Ähm, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Heute um 19 Uhr startet ein neues Projekt. Ähm, ich sage noch nicht was, könnt ihr euch selber überraschen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeden freuen wird, keine Ahnung. Ähm, ist jetzt, ich sag mal, nicht so ein Spiel, was wahrscheinlich jedem gefällt, aber wir werden sehen, wie das Ganze rausläuft. Ähm, puh, ich, ich glaube, das war es eigentlich auch schon wieder. Eigentlich wollte ich nur die Sachen sagen. Ich habe mein Abitur geschafft, ähm, bin jetzt komplett fertig mit der Schule. Ich habe ein 200 Abonnenten-Special gerade, bin ich am machen. Ähm, und ich habe enorm wenig Zeit, deswegen kommen, äh, also ich hatte enorm wenig Zeit, deswegen kommen morgen die Trending-News, aber ich werde jetzt dann viel Zeit haben. Gut, ähm, jo, dann wie gesagt, heute 19 Uhr neues Projekt. Schaltet auf jeden Fall ein und die nächsten Tage, äh, erwartet euch dann das 200 Abonnenten-Special, was irgendwas mit Real Life zu tun hat. Und, ähm, vielleicht, wenn alles gut läuft, habe ich vielleicht eine neue Internetleitung und dann rasiere ich alles auf YouTube. Und, ähm, vielleicht, wenn alles gut läuft.